Love, oh, love, I'm gonna tell you how I feel about you, cause I, oh, I... Och nein, mann, einer Long, einer Long, einer Long. Can't get me without your love. Einer Long. Like a satellite. Digga, imagine, der Enemy-Team verliert gerade so diese Runde und die würden hier in den Voice-Chat reinwärten, Digga. Ist doch schade. Oh, die Gäste schon. Nein, das will ich... Digga, das ist schon fett. Drei Games bis Rank, beziehungsweise drei Wins noch. Oh, Chat. Also wenn wir heute nicht komplett reinscheißen, dann heute Rank. PogChamp. Ich hab einen, ich hab einen. Oder wie kann er mir so ein Ding drücken? Leute, wir werden heute nicht den Rank bekommen. Holy shit. Ja, dann geht's. Der gibt so viel Damage, macht der. Ich war nackt. Was? Aber der hat ja einen Schwer. Der hat ja einen Schwer. Ich hatte keine Rüstung. Ich war nackt. Oh Gott, Jesus Christus. Oh, Digga, ich kotze ab. Ich kotze ab. Wirklich, ich kotze ab. Ich kotze ab. Oh mein... Schau auf den Typen im Publikum. Ich weiß nicht, wer gemeint ist. Also, okay. Ja, okay. Ich glaub, ich weiß, wer gemeint ist. Sex beim ersten Date. Bro, das hab ich nie verstanden, warum das für Leute irgendwie weird ist. Man muss doch checken, mit was man da... Ich kauf doch ein Auto nicht ohne die Probefahrt. Nein, Spaß. Ich wollte nur sagen, dass du richtig scheiße aussiehst. Danke, Bro. Gerne gestein, Bro. Ey, guten Stream noch. Schüssig. Aber er hat so wenig Zuschauer, dass er nur bei mehr Anzeigen zu sehen ist. Let's go und das von dem Hurensohn, der auf Instagram zwölf Storyviews hat und noch nie gefickt worden ist in seinem Leben. Let's go, das trifft mich, du Hurensohn. Nein, actually, der hat mich getroffen. Das gibt ein klassisches FDT im Chat. Was ist das? Entweder finde ich toll oder fick deine Toten. Kannst du auch so. Phoebe hat nebenbei eine Liste. Kevin? Äh, ja? Ganz realistisch, ja? Ja? Gegen wie viel Sechsjährige würdest du gewinnen und du hast nur ein Messer? Messer? What the fuck? Die haben nur Faust. Die haben nur Faust. Was für ein Messer? So ein Stiletto-Knife oder so ein Bowie? Bowie. Den Springer-Messer. So ein Säbel? Mhm. Quasi. So ein heites Schwert. Aber jetzt in VR halt, ne? Wie viele Sechsjährige könntest du tanken? In VR oder in Realife? Äh, in VR. Real, Real-A, Digge. In Real-A. Wallah, ich sag Wallah. Ähm, ich glaube, ich würde es gegen so sieben aufnehmen können, glaube ich. Warte, hat er die Bombe? Sechsjährige. Nein, die Bombe haben wir hier. Und dann war es Shilots dann. Was haben die für Skills mit sechs? Mathe. Fuck, der ist ähm... Einmal eins. Schon mal besser als Hugo, wa? Ja, ja, ja. Und... Auf... Wird der Sperrmechanismus wieder runtergedrückt? Der Kolben freigegeben? So ist das richtig. Die Maschine stimmt. Ihr bekommt solche Hinweise wie zum Beispiel... Imagine, dieser Router macht so die ganze Zeit so rechtsradikale Aussagen, Bro, aber keiner versteht das, weil so diese... Bip, bup, 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 bup. Aber der sagt so... Ja, ich sag's lieber jetzt nicht. Aber der sagt so schwierige Sachen einfach. Computer-Richtiger Bastard. Schwöre, oh Gott. Hey, Mann, 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 Mann! Hinter dir! Oh mein Gott, Wilbo, was? Was war denn mit ihm, Digga? Keine Ahnung. Wer hat wohl sein Zielwasser nicht getroffen? Ey, ich werde seit fünf Runden nur gefickt wie der letzte Bastard. Na ja. Und gefällst dir, hm? Du kleine Schlampe. Wilbo, leg mal bitte eine M-Tier. Ja, mach den Mund auf. Los, who's a good boy? Hoio. Oh Gott. Aber ich wäre nicht dort, wo ich jetzt stehe. Hätte ich irgendwann aufgegeben. So dumm. Der wäre doch so viel besser gewesen, Bro. Hätte er direkt die drei hier geholt. Wie hohl. Er nimmt jetzt den mit. Wie unfassbar dumm. Jawohl. Zehn Punkte auf euer Konto. Und hier kommt der nächste Schlag der gelben Mannschaft. Die machen denselben Fehler. Bro, ich kann nicht mehr. Aber wenn ein Lüffel angeschlagen ist, muss der auch genommen werden. Die sind acht oder so. Bringt dann immerhin zehn Punkte aufs Kopf. Ja, Bro. Aber trotzdem muss man ja nicht dumm sein. Jungs, überlege schon mal. Würdet ihr sagen, wir sind Gamer? Hi. Auf jeden Fall gay, ja. Ich bin Revenside und ich bin schwer depressiv oder sowas. Mein mentales Game, sehr schwach. Mein Wille zu leben, gar nicht. Oh Mann, Digga. Oh Mann. Digga, da liegt gerade der Lüffel. Ach Mann! Ich weiß, als ich einmal in der Kirche stand und danach hat er sich einfach hier rein teleportiert. Es gibt ja Frauenfußball, dann gibt es auch Frauensex, doch völlig okay. Oh, danke. Hat mich. Gefickt. Oh, bringen Sie John James. Wenigstens mal irgendwas. Guck dir, guck dir. Der Haustrache macht es ja nicht mehr, wa? Oh, die alte Schwule. Der einzige blonde Janpöcke ist die kühle blonde Flasche. Die lässt mich niemals im Stich. Die gewinnen wir Runden, Bro. Digga, no joke. Die Gegner müssten so arsch sein. Wie gehen wir Runden, Bro? Digga. Was schmeckt am besten mit Pferden und denen? Digga, hat das die schon? Hat das ja, gab das nicht irgendein? Ich muss halt nur an die Lara jetzt denken, wenn ich sie sehe. Glaubst du, ich kriege einen Steifen, wenn er mich sieht? Was kann ich dafür, Phoebe? Was ist daran meine Schuld? Man ist erst ein Blatt-Bank und Ben kommt und fängt uns beide in den Arsch rein, ungeschätzt. Oder das ist dann wieder Timing des Todes. Bitte benimm dich. Ich finde diese Fikalsprache hier äußerst... Äußerst kritisch. ...widerlich. Ja, schreib ein Buch. Ja. 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 Vielen Dank.